Wir haben 14 Minuten Zeit, also ich will jetzt hier nur irgendwo hin pushen, ehrlich gesagt. Die meine die geben oder was? Oh, warte mal, na kommt was. Ich schon, it's too shot. Ihr seid noch alle zu, ne? Ja, ja, bleibt hinten. Bleibt hinten und unten, ja. Bladdy, du piekst immer da oben rum. Ja, das hab ich ihm auch schon ein paar mal gesagt, das soll es sein lassen. Ja, da wirst du ja nur gespottet. Die kommen, glaube ich. Da kommt Shadowsafe, Shadrick Hulda und hinten, die kommen jetzt. So, let's go. So. Oh, die haben es auch noch. Gute gegen pushen, oder? Ja, wir pushen jetzt gegen das. Ab. 780 Supercon, gefahrt da hinten durch. EBR wird durch nur der Scheiße. Okay. Neox, fahr doch zu, du blockierst mich. Weiter, weiter, weiter. Was ist denn das jetzt gesagt? Ja. Du B100. Du kommst mal die 9er jetzt hier, Fokus da, wenn ich das rauskomme. Oh, sauber, weiter. 780 kommen wir. STB, EBR, sofort zurück zur Base zu uns. 780 zurück zur Base. Oder Supercon, gleich. Okay. Da kommen die die 100er raus. 60 TB, was das auch immer ist. Der rappt mich da, echt. Genau. Ja. Der russische Fahrzeug ist tatsächlich ausgeschaltet. Kette verloren. Wir sind bewegungsunfähig. Unsere Kennelle ist zerstört. Wir sitzen obsessed, wir haben die Kette am Hilfenver too short. 121 . das war nur sieben rechts wer kommt wo der knapp ist hier vorne muss raus komm jetzt tippe jag mal den ebr einer von der leute weiterziehen superkont richtung gegner base zu den objekt 780 superkont richtung base von den stb auch in mitte durch das sollte man eigentlich da steht ein strumpf oben naja wir fährt nach links du bist voll meyer du kannst gerade rauffahren die nehmen da raus jetzt der stb aber schießen sollten wir schon schießen fahren alles gleichzeitig raus gut sauber superkont drehe dich mal rum zum ebr stb nehmen wir das 34 unterfeuer dann die monat 80 auf wie der traurrohr auch wo kriegen wir den da oben raus jetzt da den komischen kollegen da so 780 kommt vorher wir müssen die beiden raus nehmen die dürfen jetzt nicht mehr da oben rum eiern so jetzt hin so liegt da raus superkont gefährst du in der base hinten zurück so 2 ins cap minotaur fährt da drauf so ok ja bei ihr fahrt beide ins cap da ich führe 2 ins cap meyer auch ins cap meyer ich komm jetzt rein da jetzt kommst du da oben mit deinem minotaur da hinten zum panzer drehen nicht seitlich genau macht die front da zu dem 430 uhr ja da kommt der kollege er kommt sich hoch ne schade ja ja sauber das sehen ja ich bin gepounced ja ich krieg ihn schon jetzt ok so drei mal ins cap und dann ist gut schön gemacht superkont superkont komm mal zurück zu uns einer muss entgegen fahren jetzt springt mal kommen minotaur fährt entgegen die anderen ich glaub das er kommt mit ja das will er auch machen also ich würde euch angreifen der hat Eier der hat Eier ist es ok wenn ich eine Runde aussetze so aufpassen jetzt der muss jetzt irgendwie mal fahrt mal links wie du tauchst links 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 eine bitch kommt durch das superkont du fährst an seine letzte position jetzt rechts ja super ach ach vatmui vatmui macht das ihr dauernd nur noch gewinnt ja der fand ich nicht dabei ich weiß ja wo der mitfährt wir hören nur 95% auf dem Bex es sind jetzt 2-3 Leute einfach stehen geblieben vielleicht besser vorfahren noch ne ja und bitte die Fulllifes vor ich meine mir ist es ja wurscht meinen Ging wegzumschmeißen aber wenn dann hinter mir die ganzen Fulllifes warten reinfahren einfach reinfahren ne einfach umfahren weil dann drehen sie Hauptsache die haben nicht wieder 2 Artis dass wir alle schon halb tot sind ich bin erst beim 9er also wenn die 2 Artis haben dann werden wir da auch nicht lange die Faxen machen ja aber wie gesagt denk an die Wasserseite bitte an die Wasserseite ja dann dann werden wir das so machen also dann werden wir definitiv die dann pushen wenn die 2 Artis haben weil dann fehlen die 2 Panzer also das sollte man dann aussitzen wir sind eigentlich sehr gut aufgestellt in der Hinsicht außer die Kongs die sind nicht ganz so schnell aber das sollte passen 2 Turbo reinbauen herzlich willkommen hier mitten in World of Tags Onkel Becks sagt nochmal an so nö ok Jürgen fährt wohin? da fahr ich mit meinem 140er hin die die ich angesagt habe auf die Wasserseite da verteilen bitte der Maddix fährt hoch auf A3 bei Chieftains bleiben bitte hinter der Bahnlinie äh Quatsch die Chieftains sind nicht Superkongs hinter der Bahnlinie die restlichen fahren bitte Richtung A6 was tut nun kostet wir bitte und die EBRs fahren einfach nur vor ja ihr fahrt in die Mitte klar ihr müsst ja spoten logisch es ist wurscht ähm General Ring fährt schon mit dem aber die S-Konts bleiben hinter der Bahnlinie wir fahren ja nicht ganz ne 2 Stück bleiben hinter der Bahnlinie damit die uns der General Ring fährt falsch äh Moment also die ganze Chieftains fahren alle fahr ich hä ist egal kommt jetzt mit die werden da wahrscheinlich sowieso kommen baut euch hier auf die Pläne jetzt nicht nach mir aufbauen ihr seht zu dass ihr hier Hulldown steht ähm die zwei Superkongs von den Bahngleisen die kommen jetzt auch mit zu den Chieftains ran äh also seid ihr jetzt komplett alle falsch gefahren ich verstehe jetzt nicht hä hä also die 140er das fährt immer auf die Wasserseite zum Aufmachen und dann geht dann die 140er mit dann Minotauro und äh äh 277 und das 780 sollten da hin ja aber für den Rest hier die schickt ihr sie bitte bei mir was sollt mal bei gestern hin unser Tennis ist heute wieder besonders schick die kommen hier ok die kommen Aufstellung wegfahrt zurück alle ran hier und Fokus Feuer Fokus zu 200 dort 200 200 nehm ich aber kommen die raus jetzt ran EBR oh jetzt EBR zuholt denn der anderen EBR dahin 180 du ziehst jetzt auf der Sturzseite lang Superkong zu fährst dahin wo der andere EBR hier steht oh fuck da hin Medix kannst du arbeiten da oben mit der Messie gut alles grad hier daemon ist hier daemon 57 hier nauber so her komm jetzt nehmt die raus da jetzt nicht hinten stehen bleiben geh da drauf ich hab alles kaputt ja komm mach 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 ja komm jetzt es worden vor jetzt ja sollte dir auch vor komm jetzt muss dein Ossi vor jetzt komm komm ja 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 komm jetzt komm 65 HP raus damit Tupa raus damit EBR STB hier nimmt da hinten die manche vorne EBR raus so komm jetzt hier in Tupa raus möglich so weiter geht's so weiter ran 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 jetzt hier jetzt muss man mit ran kommen wenn sie im Bein exakt ja alles gut Medix weiter vorne rücken jetzt komm in den Mittler selbst dem 780 da drüben da hier da ist noch einer hier ja entliegen sauber so jetzt kommt die nächsten schiebt den raus nach außen mit dem weiter weiter drücken drücken nicht aufhören dem Mantico raus getrackt so den Shield nicht so nee so jetzt den schiebt den raus hör auf zu shielden ja so jetzt rüber wer fällt ein SCB zurück zurück SCB du bist weich wie sonst was du brauchst ja nicht vorfahren Superconc du bleibst auch da hinten stehen SCB zum Superconc so jetzt einen Moment wir müssen gucken wo die restlichen was sind das? drei stück noch ne? der Herr kommt jetzt drauf pushen da jetzt Superconc jetzt durch die Mitte SCB du fährst mal hinten auf A8 bitte der Stolzwagen steht hier hinten der Herr egal der muss ihn jetzt aufmachen der kann ja so sauber jetzt mal zwei stück dann haben wir es auch geschaffen oh Gott sei Dank ja wie ist das? das war ein Feig das war auch schön gemacht ja wir haben uns am Anfang gesehen wo die kommen ich glaube das haben die sich auch an das voll still das wird uns hinten direkt vorm das sind gemeinsam zu fahren ja aber hier drei Mann jetzt Cap rein ich will da nicht hier noch den Ewerder oder die Gegend haben müssen oder was eher was nicht oder zwei ins Cap mir egal ja wir haben die Treppe und gibt noch Schrott ne? ja ja dann holt den raus da und dann ist gut einer ins Cap und dann passt das alles gut gute Leistung ne? ja das war halt derzeit richtig super und ich habe es aufgenommen für YouTube Daumen hoch dafür bitte wie denn? kannst du einen Mittelfinger hoch haben wenn du willst Becks kriegt einen Mittelfinger genau wie ist das? nicht schlecht aber wenn es koordiniert ist haben die auch keine Chance ne aber sieben Stück sind schon nach außen ne? und jagt den Schweden raus wo ist denn der jetzt hier? wo steht denn der? weiß ich nicht ich habe vorhin Zeit will der ja daheim hoffen der hat schon eine Klappe aus nein der ist schon immer beim STD da hinten weg na wo ist er? na wo ist er? na wo ist er? das ist hoch ja fein oben kann man hinter einen Stein fahren der lacht sich tot gerade er steht wahrscheinlich doch oben drin ah da ist er noch wo keiner mehr sterben bitte wenn es geht dann macht ihn einfach platt damit warte auf sie drauf komm mit ihm die kettet nur den Po Clan froh ne? ist gut ab ihn weg wir haben sie böse Arsch super gefecht echt das hat er prima geklappt wir immer besser werden wir hatten das gerade laut gesagt Wahnsinn bis aufs Schilden geil also nicht da vor denen her fahren aber na gut wenn da 5 Leute um einen rum sind dann bleibt das glaube ich nicht aus also Leute ihr habt es gesehen man kann auf Chieftains besiegen wenn da ein paar Bots drin sitzen es waren einige Chieftains sieben Stück wenn man mit dem Chieftain umgehen kann ne? jup mit dem Gerät ich bin drüber drücken ja ja weil der muss raus dem EBR ne, der holt ist ab dem EBR scheiße hau, 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 cool schön gemacht so jetzt haben die glaube ich kein Licht mehr oder? heute selbst mit euch die zu dass er da nicht drauf geht er macht nichts ist egal hier stehe ich ich werde gerne mal drüber auf die insel fahren auf die 1 ich stelle mich hier vorne an die ecke durch schon mal schwung und dann fahr ich einfach mal rüber okay so jetzt war ich rüber hier bei mir stehen zwei e 30 1 264 also ich bin nicht aufgegangen da steht keiner ich habe ja ich habe ja ich habe ja ein gebunden aber der hat mich noch nicht aufgemacht zum überraschungsmoment nutzen und vorziehen dass man die ecke haben zumindest hier der haut schon abs ist er ist alleine glaube ich ich bin offen ich bin raus wir ziehen mal links ja die andere seite mit jetzt aber auch vordrücken damit wir die gleich in die zange kriegen und wird das nichts kommen die alle hier rüber ich bin im reload okay den können wir beagern ja komm der muss jetzt raus hier der krager 66 irgendwie zauber so weiter geht's sammeln ja so jetzt in der mitte die streetwagen also die streetwagen in der mitte und der 277 wir müssen in meiner mitte weiter vor wir müssen jetzt in der zange nehmen wir drücken halt auch ein bisschen da hinten stehen und ist das projekt 2684 drin in dem gebüsch ja ich versuche auf der anderen seite noch mal aufzumachen der war schön so spielt die sauber runter das sollte gleich so kommt jetzt nicht in der grünen aus schnittwagen weiter vor in der mitte auch weiter vor mir der streetwagen ich hätte ich mal ein bisschen weiter aus feld db er halt dich zurück bitte komm tevis drücken wir vor ein bisschen rechts steht noch ein css hier D57 heavy tss achtung hier Kommt Leute, 8-1, jetzt nimm die raus da jetzt, drauf da, haben wir was vor. So, Zugriff, drauf jetzt. Ey, ist so zum kurzen los. Achtung, rechts ist noch irgendwas hier. Kommt jeder drauf da auf den E3 jetzt, nimm den E3 jetzt raus da. Ah, der ging voll durch ihre Panzerung. Hohen E3, guck mal. Ist Tim plötzlich. Da haben wir, so jetzt, Artis noch raus. Schwer rausgespielt, super gemacht. Wir haben sie überrascht, rechts. Auch, dass die E3 so schnell rausgehen muss. Ja, so richtig, Artis. Ja, die haben aber die rechte Seite. Und rammeln. Rammeln. Ach, nö. Boah, sauber gemacht. Bis auf die beiden Wohntoten. Ehrlich mal ein positives Erlebnis. Ja, das machen wir jetzt. Wir spielen wieder dasselbe von der anderen Seite nochmal. Ja, genau. Jetzt wollen wir Ringelpiz mit anfassen. Und danach spielen wir es nochmal. Darf ich die anpassen? Also von mir aus kannst du den ganzen Namen so gehen. Gut, dass sie blind waren. Das heißt, wann spielen wir jetzt um halb 10, ne? Nein. Jetzt gleich. Tu denn nach. Genau. Jetzt kommt das nächste Gespräch. Sehr gut. Hat Spaß gemacht. Ja. Ja, das war super. Ja, das war super. Schatz. Schatz. Kommssst immer noch.